Freestyle Mr. 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 Armani Wir sind alle neidisch auf mein Geld, auf mein Fame und auf die Bitches, ja? Du willst ein Rapper sein? Ein ganz großer? Pass auf, ich komm vorbei mit meinem Gold-Doser. Du willst ein Rapper sein? Ein ganz toller? Pass mal besser auf, ich komm in meinen Roller. Mein Roller ist vergoldet, er fährt 300 pro Stunde. So viel macht deine Mama pro Stunde. So wenig zählt deine Bitch bei mir nicht mal in einer halben Mikrosekunde. Sei mal besser leise, du bist einfach scheiße. Wenn ich scheißen gehen will, seh ich goldweiße. Wenn du scheißen gehen willst, gehst du in den Wald. Wenn du scheißen willst, dann ist die Offenbarkeit mehr. Sei dir besser darüber im Klaren, dass du hier ein Wahn, wirklich ein Gegner vor dir hast. Mr. Armani, ich putz die Garen, ich putz die Bahnen. Nee, war nur Spaß. Ich lass die Dinger putzen. Ich lass die Dinger putzen. Außerdem beschäftige ich Hausdame, Bar, Personal und Köche. Außerdem beschäftige ich Bar, Musik, Gärtnerinnen oder Bitches, die mir das Leben versüße. Mr. Armani, ich lass die Dinger putzen. Ich lass die Dinger putzen. Bitches, ihr seid auf den Geschmack gekommen. Klingel durch, 0800 Armani.